Taxi, Tod und Teufel. Folge 9. Eine Seefahrt, die ist tödlich. Von Lena Kahrmann. Es liest Elena Wilms. Prolog Drücken Sie die 1, wenn Sie mehr über unser Multimedia-Angebot erfahren möchten. Drücken Sie die 2, wenn Sie Ich komm euch gleich mit meiner Machete besuchen, wen ihr nicht bald spurt, unterbrach er die automatische Ansage. Die reagierte auf seinen Einwurf mit der Frage Möchten Sie mit der Abteilung für Gartengeräte verbunden werden? Hä? fragte er verständnislos. Habt ihr eine Störung im Hirn? Bei Störungen der Internetverbindung besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter www.friesen. Wie dusselig seid ihr eigentlich, dass ihr mich auf eine Internetseite schickt, wenn mein Internet nicht geht? polterte Achim weiter. Nennt ihr sowas etwa Kundendienst? Soll ich Sie mit dem Kundendienst verbinden? fragte die Stimme. Achim war so verdutzt, dass er fast keinen Ton herausgebracht hätte. Zigmal hatte er den Kundendienst verlangt und nie war er verstanden worden. Und jetzt das? Ja! rief er in sein Telefon. Ich verbinde Sie mit dem nächsten freien Mitarbeiter. Legen Sie bitte nicht auf. Die aktuelle Wartezeit beträgt sieben Minuten, wurde er informiert. Beruhigt atmete er durch und stellte sich bereits auf ein Minimum von zehn Minuten ein, als sich die Stimme erneut zu Wort meldete. Leider sind zurzeit alle Leitungen belegt. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Nein! brüllte Achim aus Leibeskräften und musste sich mit aller Macht davon abhalten, sein Handy in hohem Bogen ins Meer zu schleudern. Ich möchte wetten, dass die mit Herstellern von Beruhigungsmitteln gemeinsame Sache machen. Da rauchte ihm schon am frühen Morgen der Kopf. Missmutig sah er zum Himmel. Der jetzt noch etwas frische Tag versprach, sonnig und warm zu werden, schätzte Achim, als er um halb sieben an diesem Donnerstagmorgen Ende April seine Fähre bereit machte, um mit Ziel bald rum auszulaufen. Dort begaben sich zur gleichen Zeit diejenigen Inselbewohner auf den Weg in Richtung Hafen, die täglich aufs Festland mussten. Der Dieselmotor tuckerte gemächlich, als Achim die Anlegestelle verließ, um im Hafenbecken von Pallinghus zu wenden. Früher hatte es um diese Zeit im Hafen, der mal doppelt so groß gewesen war, bis man das zweite Becken trockengelegt und mit Erde und Sand aufgefüllt hatte, von kleinen Fischerbooten nur so gewimmelt. Damals war der Fischfang noch so lukrativ gewesen, dass sich sogar der Bau einer Fabrik für Fischkonserven aller Art gelohnt hatte. Diese Zeiten lagen jedoch schon so lange zurück, dass es in Pallinghus kaum noch jemanden gab, der sich daran erinnern konnte. Es wäre ein Verlustgeschäft gewesen, allein aus Gründen der Nostalgie und Tradition, einen dieser kleinen Kutter weiter zu betreiben, also gab es in Pallinghus keine Fischer mehr. Zum Glück hatten die Urlauber das einstige Fischerdorf entdeckt und dafür gesorgt, dass es nicht in Vergessenheit geriet. Achim gehörte auch zu denen, die von diesen Urlaubern profitierten, hatte er doch vor allem während der gerade erst zu Ende gegangenen Osterferien und in der Sommersaison alle Hände voll damit zu tun, Urlauber und Tagestouristen zur Insel Baltrum zu bringen und von dort wieder ans Festland zu transportieren. Seine Fähre passierte das Wehr im Deich, das geschlossen werden konnte, um das Hinterland zu schützen, falls mit einer Sturmflut zu rechnen war. Er hatte gerade erst die Fahrrinne durch das Watt verlassen, als er eine Yacht von mittlerer Größe bemerkte, die von Backbord kam und bei ihrer gegenwärtigen Geschwindigkeit den Kurs der Fähre wohl genau dann kreuzen würde, wenn sich beide Boote bereits bedenklich nahe waren. Es konnte im besten Fall glimpflich abgehen, aber das Risiko war zu groß, dass es zur Kollision kommen würde. Also drosselte er das Tempo und betätigte das Horn, um den Kapitän darauf aufmerksam zu machen, dass er sich und andere in Gefahr brachte. Obwohl die Lautstärke des Warntons beachtlich war und selbst einen unter Deck schlafenden Mann hätte wecken müssen, rührte sich nichts. Auch ein weiterer Versuch führte zu nichts. Niemand kam an Deck, um nach dem Rechten zu sehen, offenbar fühlte sich niemand auf der Yacht angesprochen. Achim drosselte sein Tempo weiter, da er immer noch etwas zu schnell war. Allerdings hatte er die Geschwindigkeit der Yacht etwas zu hoch eingeschätzt, denn sie schien nicht aus eigener Kraft unterwegs zu sein, sondern lediglich von den Wellen in seine Richtung getrieben zu werden. Er griff nach seinem Megafon. Ahoi, Skipper, rief er. Zeit zum Aufstehen. Die Sonne scheint. Die Seehunde zwitschern. Hopp, hopp, raus aus den Federn. Er wartete, wurde aber unruhig, als sich immer noch nichts tat. Erneut betätigte er das Horn. Gleichzeitig begann er beizudrehen, um sich längsseits neben die Yacht zu setzen. Je näher er dem Boot kam, desto offensichtlicher wurde es, dass sich niemand an Bord befand. Zumindest niemand, der in der Lage war, zu reagieren. Womöglich war der Kapitän bewusstlos zusammengebrochen. Hoffentlich nichts Schlimmeres, ging es Achim durch den Kopf. Schließlich war das andere Boot zum Greifen nah. Achim hatte seine Fähre so behutsam neben die Yacht manövriert, dass sie nicht mal leicht zusammenprallten. Mit zwei Tauen machte er die Yacht fest. Dann legte er den Rückwärtsgang ein und ließ die Maschine auf vollen Touren arbeiten, damit die beiden Boote nicht in zu flaches Wasser gerieten. Nachdem die Gefahr gebannt war, stoppte Achim die Maschine, warf den Anker und atmete erst mal tief durch, ehe er auf die Reling der Fähre stieg, um auf die etwas höhere Yacht klettern zu können. Ihm fiel auf, dass an einer Stelle an der Oberkante des Rumpfs dunkelrote Farbe verschmiert worden war. Wenn das mal wirklich nur Farbe ist, murmelte er und kletterte an der Reling hoch. Als dabei sein Blick auf das Achterdeck fiel, wusste er eines sofort. Seine Fahrgäste auf Baltrum würden noch eine ganze Weile warten müssen, ehe sie von ihm abgeholt werden konnten. Als Sarah Teufel und ihr Mann James Todd an der Anlegestelle der Fähre im Palinghuser Hafen eintrafen, hatte Achim seine Fähre bereits an der Kaimauer festgemacht. Die Yacht hatte er im Schlepptau. Moin, Herr Asmussen, rief Sarah ihm zu. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Siehst du gleich, Frau Teufel, gab der Fährmann zurück und zeigte auf das Achterdeck. Dabei blickte er drein wie sieben Tage Regenwetter. Sarah griff sich reflexartig an den Kopf, um sich die Haare aus dem Gesicht zu streichen. Erst als ihre Finger ins Leere fassten, wurde ihr bewusst, dass sie die Haare seit einer Weile so kurz trug, dass der Wind, der hier an der Küste meistens wehte, sie ihr gar nicht mehr ins Gesicht wehen konnte. Die Geste war ihr aber so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es ihr immer erst zu spät einfiel. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie, dass James sie ansah und grinste. Was ist? fragte sie amüsiert. Nichts, sagte er. Ich hab nur überlegt, wenn du die Geste nicht loswirst, dann könntest du sie ja nutzen, um mir die Haare aus dem Gesicht zu streichen. Seit kurzem hatten die beiden sozusagen die Rollen bzw. die Frisuren getauscht, da James seine Haare wachsen ließ. Mein Mann, der Hippie, konterte sie lachend. Sorry, Darling, aber wenn sie dir zu lang werden, solltest du vielleicht auf Rasterlocken umsatteln. Hm, machte er und rieb sich mit Daumen und Zeigefinger nachdenklich übers Kinn. Keine schlechte Idee. Wehe dir, drohte sie ihm augenzwinkernd. Dann komme ich nachts mit der Schere. Uh, scary, sagte er und verzog das Gesicht, als würde ihm die Vorstellung alles einjagen, nur keine Angst. Komm. Mit einer Kopfbewegung gab sie ihm zu verstehen, dass er ihr folgen sollte. Sehen wir uns mal an, was Herr Asmussen uns da mitgebracht hat. Am Telefon war dem Herrn ja nichts zu entlocken. Sie gingen an der Kaimauer entlang, bis sie die Yacht erreicht hatten. Achim war eine Ebene unter ihnen bis zur letzten Sitzreihe seiner Fähre gegangen und betrachtete seine Beute mit einem Gesichtsausdruck, der er ahnen ließ, dass er lieber nicht auf diesen Fund gestoßen wäre. Oh mein Gott, das sind ja drei, rief Sarah erschrocken, hielt inne und beugte sich am Rand der Kaimauer vor. Dann schüttelte sie den Kopf. Die sind doch tot, oder? Mausetot, bestätigte der Fährmann und verzog den Mund. Irgendeine Ahnung, was passiert ist, wollte sie wissen. Nö, antwortete Achim. Ich hab die Yacht gesehen, die so ziemlich auf Kollisionskurs zu mir war. Hab gerufen, aber es kam kein Mucks. Hab sie gestoppt. Guck über die Reling und seh die drei da. Das hat mir gereicht. Drei Tote ermordet. Drei Tote ermordet. Vielen Dank.